Hallo und herzlich willkommen zurück bei 777. Mein Name ist René und geht weiter mit Heroes of the Storm. Nachdem wir uns beim letzten Mal Mave angeschaut haben, machen wir jetzt diesmal noch das Helden Chaos. Und zwar Mineralienfieber, also mal wieder ein neues. Für mehr als ein Backpour-Unternehmen ist kein Platz, ob zum Planeten. Sammle Mineralien und nutze ihre Energie, um die Konkurrenz abzuhalten. Verfügbar bis zum 23. März. Zerstöre die Zettel des Gegners, um zu gewinnen. Wir brauchen mehr Mineralien. Töte WBFs und sammle die Mineralien, die sie fallen lassen. WBFs sind geschützt, bis der mit ihm verbundene Diener getötet wird. Sobald du genug Mineralien gesammelt hast, entsteht für kurze Zeit eine mächtige Aura der Überladung um dich herum. Okay. Zufall 2. Will du einen von drei zufälligen Helden? Du hast nur 30 von Zeit, also entscheide dich schnell. Zusatzinfo beim Tod. Verlierst du die Hälfte deiner gesammelten Mineralien. Überladung, gesetzt gegnerische Gebäude aus der Gefecht. Töte Gegner, bestätige dann für die gegnerischen Helden Schaden zu. Überladene Helden, lass auch hier gewiss ich... Mineralienfieber, die von den Gegnern aufgerufen werden können. Mineralien bleiben nicht für immer bestehend, also sammle sie schnell. Ruhrsteine B sind deaktiviert in der Startbebereich der Ekenntlichkeit. Also in Aram. Tipp ich mal. Wer ist er denn hier? Ach, Lyrics soll das sein. Scheinmal Maul. Außenpostenboxes. Sammle Mineralien. WBS lassen beim Tod Mineralien fallen. Sammle genug, um eine Überladung auszulösen. Beim Tod lässt die Hälfte einer Mineralien für den Gegner fallen. Sonic, Alter. WBF siehlas. WBF folgt dem mit ihm verbundenen Diener. Der Diener schützt das WBF. Das WBF verfällt in Panik, wenn er stirbt. Überladung, BAM. Eine Entladung mächtiger Energie deaktiviert Gebäude tötet den non-fiktiven Schaden zu. Lässt regelmäßig meine Hand für den Gegner fallen. Okay. Gucken wir mal kriegen. Irgendwas, wo ich nicht so oft sterbe. Also eher so in die Richtung Tank vielleicht. Also Tanks halten so schön viel aus. Und ich bin relativ gut mit Tanks. Und ich bin relativ gut mit Tanks. Iya. Okay, kann schön werden. Ja. 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 Ich nehme gerne, lieber Turell. Ich möchte das so in der Menü. Immer wenns lädt. Eine Minute. Du hast ganz krass und neue Talente anscheinend. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Lokale Kampfhandlungen beginnen. Das ist ja nur für mich, ne? Ja, das ist ja auch. Gerechtigkeit soll weiter. Ich danke euch, Rhein. Ganz krass. Ganz krass. Ah, okay, schön, gut rum. Hold on. Oh, das ist zu viel einer. Kamera. Ah, ich habe schon mal eine Menge an. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh. Das war's für heute. 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 Auf jeden Fall eine ordentliche Runde, das war es dann aber erstmal wieder mit Heroes of the Storm, während es noch lädt, verabschiedet mich schon mal, vielen Dank fürs Reinschauen sei auf jeden Fall, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder spätestens mit Phoenix, dann bis zum nächsten Mal bei Heroes of the Storm, haut rein, tschau tschau und dann bis zum nächsten Mal bei Heroes of the Storm